Was ist denn das für ein Fraß hier? Das kann doch kein Mensch essen. Haben Sie da nichts Vernünftiges da? Mal einen Steg oder einen Schnitzel? Hier wird gegessen, was am Tisch kommt. So. Und warum sind die kleinen Finger so schmutzig? Was? Wieder nicht gewaschen? Und die Tür schließen, die du aufgelassen hast. Da bleib erst mal sitzen, musst ja erst mal essen, Junge. Komm, brav essen. Jawohl. Und rein. Da komm, da komm. Und du isst. Und fein. Ja, ich bin mir. Herbert, kommst du dann endlich essen? Ich bin mir. 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 Vielen Dank.